Meine Freunde, es tut gut, wieder allmählich zurück zu sein. Spirit Box, Perfect Soul, wenn dir der Content gefällt, lass mal gerne einen Abruf, 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 lass mal die Glocke schalten, damit kein Video mehr verpasst. Wir springen rein in Direction. Ich bin so von meiner OP zurück und es zieht noch ein bisschen, ich versuche wieder neu zu atmen, gerade im Sitzen oder im Stehen. Das Atmen und das Sprechen fällt mir irgendwie noch schwer, das ist krass, ich weiß auch nicht warum. Wenn du nur wochenlang liegst und so und du hast an einer komischen Stelle eine OP und du nimmst immer so die Luft weg, das ist strange irgendwie. Naja, anyway, ich hoffe dir draußen geht's gut, let's go. So, Courtney, was machst du mit mir heute? Bro, das kannst du doch nicht bringen, jetzt eine OP oder so, nachdem ich im Krankenhaus war? Anyway, ey, Circle With Me ist glaube ich mein favorite Spirit Box Song und ich bin wirklich gespannt. Ich habe wirklich noch super alte Reactions, ich weiß gar nicht, habe ich auf Circle With Me jemals da reaktet? Ich weiß nicht, guck gerne mal in meiner LMD-WZ-Playlist auf meinem Channel, lass mich dir was zeigen. Da habe ich am Anfang super viel Metal gehört, unter anderem eigentlich alles, was mir gefällt so. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Circle With Me mein persönlicher Favorit von Spirit Box ist. Ich liebe solche Black & White Videos. Ich finde es mega ästhetisch, mega schön, ich finde sowas cool. Ich finde, sie hat auch eine krasse Stimme. Es ist ungeachtet, glaube ich, dessen, dass die ganze Band wirklich abliefert, ist Courtney wirklich so, ich weiß nicht, es gibt wirklich so, für mich persönlich, es gibt viele, viele, viele Sängerinnen im Metal oder Shoutarinnen im Metal. Aber ich finde, Courtney vereint so weit, ist wirklich in der perfekten und wirklich sehr, sehr schon fast lasziven Art und Weise irgendwie die Vocals rauszubringen. Egal, ob sie jetzt shoutet oder singt oder so, also cleans versus ihren Shouts oder crawls oder whatever. Ich finde es irgendwie bei ihr komplett sexy. Wow. So cover up the wind Wow Wow Ich muss gerade ehrlich sagen, ich bin mega krass geflasht Also ich weiß nicht, Spirit Box haben für mich persönlich immer eine schöne Mischung eben aus dem etwas härteren und dem etwas, wie soll ich sagen, gefälligen Aber trotzdem jetzt nochmal so ein bisschen diese super entspannen Töne mit reinzubringen Ich meine, es hört sich wirklich an wie ein Oldschool Spirit Box Track, trotzdem mit was Frischem dazu Ich, ja, love it Oh Ey Ist das nicht der Buzzer, der ehemalige SLA Dying Buzzer? Ich glaube, oder? Auch eine witzige Story Aber nicht heute Auf geht's? Das ist ein wunderschöner Song, Ronowitz. Ich hatte gerade eben ganz kurze Invent Animate Vibes, so ein bisschen. Ich finde es wirklich saukrass, wie eine Band so vielschichtig sein kann. Weißt du, einmal volle Lotte auf die Mütze und einmal halt so, ja, aber das ist Spiritbox. Das hat mich jetzt gar nicht überrascht. Ehrlich gesagt, muss ich sagen, das ist schon was, was ich schon fast gehofft habe, dass es in eine schöne, sehr einlullende Richtung geht. Also ich bin jetzt halt so, oh, mega krass, weil ich kenne ja Spiritbox so. Auf der anderen Seite ist es wirklich eine schöne Progression in eine gute Richtung, was so die Zukunft der Band angeht. Also ich bin wirklich gespannt. Ich wünsche mir, sie würde so ein bisschen noch mehr experimentieren. nur ein bisschen out of the comfort zone kommen. Aber ich finde es schon grandios, wirklich. Genau das meine ich, weißt du? Da hast du einfach wirklich, da hast du einfach, da müssen wir kurz drüber sprechen, da hast du einfach wirklich einen schönen Song, einen wirklich super entspannten Song mit geilen Vocals von Courtney. Und dann kommt aber trotzdem noch so die Band dazu und bringt so eine extra Schicht in die musikalische Lasagne ein, dass du denkst, oh, du möchtest einfach nur noch abtauchen. Wow. Oh. 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 Wow, ey, den Part müssen wir noch mal kurz hören. Da muss ich noch mal kurz einsteigen. Das war krass. Ich habe ja gerade ihr gesagt, ich wünschte so, sie würden ein bisschen mehr Out of the Comfort Song kommen. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Ich wünsche mir trotzdem noch so ein paar Spiritbox Songs beispielsweise irgendwas, keine Ahnung, solche Breakbeats oder was ganz abgefahren ist, dass sie mal irgendwie in die Trap-Richtung gehen und so. Und dann habe ich gedacht, Moment, warte mal, die hatten doch auch mit Megan Thee Stallion, hatten sie doch auch mal einen Song gemacht. Da kann ich mich noch erinnern. Dann habe ich sogar auch reaktet auf meinen Channel. Und das wäre so wirklich so ein cooler, wisst ihr, was ich meine? Das war schon eine ziemlich heiße Crossover-Nummer. Jetzt aber hier dachte ich gerade eben, okay, warum will ich eigentlich was anderes, wenn ich mit Spiritbox einfach Spiritbox Dinge mache und ich kann hier komplett abtauchen. Der Part hier im letzten Drittel. Wow. That's crazy. Okay, jetzt kommt's, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Es hat mich voll erwischt, Leute. Es hat mich voll erwischt. Der Song baut ohne Ende. Holy moly. Ich sag ja, ich frage immer, bauen wir immer, ne? Chat, bauen wir, bauen wir. Wenn ich live bin mit euch auf Twitch und so. Wenn ich, äh, du noch nicht dabei warst, komm gerne mal vorbei, ne? Twitch.tv slash Anertize in der Scription. Stehe in den ganzen Informationen. Komm gerne mal vorbei und es live mit dabei. Das sag ich immer, bauen wir, bauen wir, ne? Wenn der Song so extrem progressiv ist. Und, ähm, jetzt habe ich so das Gefühl, die Wellen, die wir vorhin gesehen haben, oder das Wasser, das an die Felsen geklatscht ist, das alles bricht hier zusammen. So in einem schönen Orchester, beziehungsweise in einem schönen, klimatischen Ereignis. Wow. Uff. Oh, was für ein wunderschöner Song, muss ich ganz ehrlich sagen. Spirit Box und Perfect Soul. Ey, das war schon ein Perfect Song, würde ich sagen. Oder 10 von 10 Spirit Box. Holy moly, meine Freunde. Schreibt mir doch gerne mal in den Kommentaren, wie dir der Song gefallen hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ganz zum Schluss, im letzten Drittel habe ich das Gefühl gehabt, okay, hier stimmt nochmal alles, hier kommt noch alles zusammen. Das war wirklich crazy. Und diese bittersüße Abschiedsstrophe oder Strophen von Courtney nochmal zum Schluss. Also wirklich für mich persönlich war das ein perfekter Spirit Box Song. Auch wenn ich am Anfang gesagt habe, ah, oder in der Mitte, ich wünsche mir ein bisschen was, aber das war wirklich Perfection. At its best. Also wenn Spirit Box, ein Showcase hätten, so ein Showreel, in dem sie vielleicht dir da draußen zeigen, falls du die Band noch nicht kennst, so was sie gut können, so dann ist der Song auf jeden Fall im Showreel dabei, meine Freunde. In diesem Sinne, wenn dir der Kontakt gefällt, gerne mal liken und subscriben. Wir sehen uns im nächsten Video, meine Freunde. Schade dir, schade die Glocke ein, damit keiner mehr verpasst. Peace. Peace. Peace.